Ich habe einen Hundert und die ist nicht pack mal deine is7 rein oder 100 jahr ist egal wie du willst so kommt und ab dafür ich muss noch mit dem plan warten weil ich habe heute erst mein alter verlassen ja ja macht ja nichts speicher dann mal speicher dann mal hier wie heißt das die testdaten damit du immer bei bei mir gibt es keine festen regeln du musst jeden tag um punkt 15 uhr und sowas gibt es bei mir nicht nur wenn du dann da bist und du hast sagen wir mal mehr als keine ahnung eine halbe stunde 40 minuten zeit wenn du jetzt nur ein zwei runden spielst weil du weg muss ist kein ding aber wenn du jetzt so zwei drei vier stunden spielen willst dann kommen auch mal auf teamspeak weil nur so funktioniert das mit dem klaren weil der nächste der reinkommt der soll ja zu partner finden der soll nicht denken ja super jetzt bin ich in einem klaren wo nichts geht oder was weiß das verstehst du was ich meine ja so hier ist 7 und er 100 baut euch mal da hinten kreuzfeuer mäßig auf hinter dem berg bitte schleunig drüber und außenrum bitte nicht über die mitte fahren fahr rechts außen sonst kassierst du schon von von den fv 100 aufwachen hallo du musst zu dem anderen 705 arbeitung bitte schnell weil die haben zwei fv sonst kassierst du von den 380 sondern fv obwohl du müsstest glaube ich ja guck mal dass du die mitte so ein bisschen zu macht stell dich aati safe das ist jetzt wichtig wir haben natürlich wieder so eine drecks map mit drei artis gekriegt ja das war wieder klar alter das war wieder so was von klar wie kloß brühe ne also ich hatte sie nur für ein paar oder meine ausgabe ja die mitte muss zugemacht werden hier die komplette mitte steht offen irgendwie hat keiner die brücke da irgendwie besetzt aber gut bleibt bleibt nicht bleibt meine artis selbst du musst hinter hinter steinen und sonne sonst kassierst du hier von oben vom hilf achtet ein bisschen auf die mitte weil ich brauche hilfe hier 705 a nicht zu weit rechts außen bitte entspann dich okay artis 3 artis hört mir bitte zu 3 artis 2 fvs ein jagdpanzer also passt auf was ihr da veranstaltet achtet bitte auf die mitte hier flitzt gleich irgendeiner durch die mitte und holt sich unsere ganzen artis raus weil unsere mediums und schnellen heavies haben die mitte nicht besetzt ich habe die mitte ja du musst aber artis safe arbeiten denk an die fv ist ne wenn du da einmal falsch piekst ne bist du sofort am arsch behalte immer im hinterkopf die artis und die fv zwei stück gibt es davon ein falscher move kostet sich dein panzer innerhalb von sekunden bist du tot wir lassen jetzt mal die artis arbeiten da haben wir doch schon mal den ersten wie alt bist du wenn ich fragen noch wie alt bist du dann ok wo ungefähr kommst du her so viel mal daumen nähe aber ich würde sagen der eine schuss hat den fv seinen ganzen panzer gekostet ja der wurde dann auch komplett rausgefokust so jetzt haben die aber noch drei vier schnelle panzer also darauf achten kann sein dass die versuchen jetzt über die mitte in unsere base zu kommen bitte immer darauf achten die rechte seite von denen oder unsere linke flanke werden das problem ist ich würde ja hier flankieren aber die haben echt sehr viel schnelle panzer und habe ich keinen bock weg zu sterben ich weiß nicht wenn ich runterfahrens wasser und mir keiner hilft dann habe ich halt die arschkarte markier mal wo du hin willst du sollst hier blockieren damit er nicht hochfahren kann aber bleibt tief also fahr jetzt nicht hoch oder so weil wie gesagt der fv und die artis und so die fokussieren euch jetzt die kommen auch da aus der schlachtergasse dann könnt ihr schön abfahren kommen wir ein bisschen richtung brücke sollten heranfahren nein habe ich ja extra gesagt das geheimnis dieses spiels geduld die kommen schon alle von ganz alleine ja und wenn die kommen können unsere tds und artis noch besser wirken weil stell dir vor du drückst in die schlachtergasse rein dann kann dir ja keiner mehr helfen weil du ja dann hinterm berg verschwunden das ist die 1er linie nicht hochfahren bitte e 100 extra betont mehrmals bitte nicht hochfahren das ist jetzt absolut tödlich und gefährlich jetzt alles was ab jetzt kommt was genau meinst du mit hochfahren nicht aus der deckung fahren das meinte ich wir wollen erstmal stehen bleiben problem ist halt dass wir die berg region jetzt ein bisschen am verlieren sind die verkacken da den hill so ein bisschen guck mal ob ich den stb1 irgendwie raus kriegen kann nein der steht soweit hinterm berg da müssen ja das ist eigentlich arti aufgabe aber unsere artis sind halt mal wieder irgendwie unfähig unterwegs der ist nicht in schusslinie der stb1 du musst dich mit der arti umpositionieren ist egal wo der steht das ist der typ steht komplett offen wenn wir wenn wir intelligente artis hätten dann wäre er jetzt auch schon längst tot wir haben aber leider keine intelligenten artis die stehen alle auf einen fleck so wie die stehen können die halt nicht wirken leopards getrackt wir haben nach vorne ja der drops ist eigentlich schon mehr oder weniger gelutscht hier der hat mir gerade eine gegeben von da oben sehe ich kann nichts machen sehen nicht so e 100 muss richtung berg da drüben richtung berg muss bearbeiten ich habe den stb rausgeholt pass auf beim überqueren hast du kassiert ja ich sag ja unsere artis arbeiten einfach nicht so irgendwie sie sind irgendwie sinnlos afk 705 a du musst die ecke da dessen na ja ich bin hier machen das ist alles gut ich habe zwei ev hinter mir die man in die schlachtergasse und hol mal da die 60 tp mit dem ford zusammen raus ja mal da weil hier ist so ein bisschen anbälle der von sp der von sp hat den umfahren gegner hat ist aber auch inkompetent nene die haben mich komplett gefokust aber haben halt kein damage gemacht ja da aber der der furcht b steht 10 meter mit 200 hp vor der t92 und die dreht sich einfach weg und fährt weg statt einfach zu schießen 705 a du musst zurück zu den artis zurück zu den artis bitte schleunig ok hier da ab dürfen die ecke beeil dich ja ich auch gleich weil der jagdpanzer jagt mich jetzt gerade von hinten ich bin jetzt umzingelt von mehreren panzern und unser foch ist tot ja das ist halt maximales versagen von von allen seiten jetzt schon nicht daraus ziehen irgendwie ja wie soll ich mich denn hier rausziehen jagdpanzer steht hinter mir hier steht vor mir leopard flankiert mich und unsere artis sind halt mal wieder nicht eingeämmt auf irgendwas wenn die wenigstens mal den leopard hinter mir rausholen würden die artis aber selbst dafür sind die unfähig ja deren artis fokussieren mich halten und unsere artis versagen schon wieder durch den leopard holen dicker fahr mal bitte jetzt hier hin und stellen mir bitte keine überflüssigen fragen weil ich habe jetzt keinen nervt hier irgendwelche frage zu beantworten ich habe den e4 ich habe den e4 weg gerammt und den leopard raus geschossen also ich habe zwei kills in einer sekunde gemacht habe die kaufs hier alle wo ich krieg lob von von zenturion x endlich mal jemand der qualität erkennt kann ich auch mal da so jetzt musst du dir mal die stelle vom jagdpanzer fressen aber sicher doch ich habe keine habe ich es noch weiß dafür dass unsere artis profis sind wo ich denn ein jagdpanzer ein full hp also 705 eifer macht spaß seit wann hast du den heute morgen komm muss jetzt volle kann er da mal drauf und den typen da mal einen schuss abfangen und dann können wir da jetzt mal das ding gewinnen was macht er weißt du das war jetzt vollkommen unnötig dass der mit seiner budget arti davor fährt wofür wofür soll das jetzt gut gewesen sein was der da gemacht hat wir hatten doch noch genug panzer hat der jagdpanzer war neben ihm offen er hat einfach die andere richtung geschaut das war am ende doch eine geile runde ne das war doch mal eine feine runde du aber der double kill war einfach nur geil so ja oder toxic was geht's ich hoffe du bist kein fake accounts und troll trotz hier nicht ne sheep und drugs was geht's dann davis was geht's drogen scharf wollen moin so funktioniert das schon mal nicht du bist hier zum lernen du sagst nicht wo wir lang fahren damit damit fängt schon mal an nicht böse gemeint aber ich sag an wo es dann geht so 705 a2 stück e100 doppelrohr e5 jagdpanzer e3 e4 also wir haben schon mal sehr gefährliche jagdpanzer folgendermaßen folgendermaßen 705 guck du mal bitte dass du hier am berg stehen bleibst da oben rechts weil ich brauche dich um die mitte abzuämen daher die viecher hier die hier auftauchen da und von dort kommen war auf keinen fall in die mitte weil dann kassierst du von rechts und so ne wenn wenn wir in der stadthilfe brauchen dann rufe ich dich schon lad auch he weil es gibt zwei ebr die gelöscht werden müssen weil solange die noch am leben sind ist halt schwierig hier 7 bitte nicht an vorderster front du arbeitest immer so richtung mitte guck mal dass du hier den centurion in der mitte beschießt erst machen du gehst da an die ecke wo die häuser sind da wo ich markiert habe und schießt bitte auf diesen centurion in die mitte 705 a einmal die mitte ab bitte he laden bitte weil da sind panzer die site scrapen die kriegst du sonst ihr sieben pass auf dass du da nicht irgendwie komisch raus fährst der turin ist tot ja so ihr sieben komma in meine richtung 705 a kommen auch in meine richtung bitte beide in meine richtung wobei ihr erst mal hier auf die hier wirkt auf die hier ja und sobald hier links aber richtig ruhe und zuhören bitte sobald die hier links pushen müsst ihr dann hier bei mir weiter ansetzen aber im moment arbeitet da hinter uns bitte erst mal oh hier links ist die hölle los 705 a kommen mal zu mir bitte dringend ja pass auf dass du beim rüberfahren nicht von der mitte aus kassiert ihr 7 push dich da nicht tot also du sollst jetzt hinter mir 100 ja genau so guckt dass du da einfach nur ab im ja dann du musst unseren rücken ab dürfen auf jeden fall 705 darf mal auch erstmal nach hinten also helft mal helft mal der ihr sieben und dann aber so stehen dass du mir auch helfen kannst also hier links bei mir ist ziemlich viel los noch ja ich weiß dass fast tot sie sich da jetzt zurück oh gott wie über rennen die ja voll ja sowieso ihr sieben bleibt da und helft mal den leuten dort jetzt hier die den jagdpanzer und so rauszunehmen hält mal dem e3 da hinter uns alles klar macht ich sie mal hat fünf kommen mit wir müssen hier ein bisschen action machen so wir müssen jetzt hier raus brettern direkt mit fahren nicht stehen bleiben ja ja da ist noch ein rino so kommen direkt raus fahren kommen 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 705 ab dafür soll ich in eure richtung wirken also von hinten da auch du musst schon längst fahren die idee so einfach 15 zu 1 ja läuft ja so muss das ne ganze zwei schüsse gemacht die runde das ist scheiß egal wie viele schüsse du gemacht hast das interessiert überhaupt nicht die winrate ist das was zählt der sieg das ist ein schachspiel hier geht es nicht darum dass du 10.000 schachzüge machst wenn du nach drei schachzügen gewonnen hast hast du immer noch gewonnen das musst du wie ein schachspiel sehen ob du jetzt 20.000 schachzüge gemacht hast oder nur fünf am ende zählt der sieg verstehst du ist doch scheiß egal ob du 10.000 damage hast oder nur 1000 oder 500 das juckt überhaupt nicht so zwei zwei gefechte zwei siege zwei spektakuläre siege muss man dazu sagen keine einfachen siege so so kann es doch weiter gehen so was nehme ich denn als nächstes ich würde sagen ich nehme als nächstes auch ein 705 die rote armee kommt ja hallo feste medikus ja wenn man die strategien genau so umsetzt dann funktioniert das auch meistens so ihr 7 und 705a ihr deft von hier aus von da aus bitte die linke flanke ja ihr beiden also hinter dem berg hier an äußerst also nicht ganz aufs wasser nicht aufs wasser rausfahren sondern ganz links den felsen benutzen um die linke flanke zu deffen das ist ultra wichtig jetzt und abnehmen hier die ganzen büsche und blind shots da rein setzen mit he und ap hier schon mal blind shots reinsetzen oder abnehmen es kann sein dass da jetzt was rein ballert ja unsere ebr sind in die mitte gefahren und sterben da jetzt weg und die art hier hin das war dumm von mir das war richtig dumm so gegner artis auf ja unsere ebr haben sich in der mitte tot gepusht ne ähm 705a 705a einmal auch die mitte ein bisschen mit ab ja mach ich sollten wir nicht die rechte bitte nicht labern ganz wichtig kommt alles einfach nicht labern zuhören umsetzen ich möchte keinerlei irgendwelche taktik besprechung von dir hören du setzt nur um und lernst mehr machst du nicht äh 705a einmal die mitte ab das ist wichtig dass die mitte nicht fällt ja und guck dass du selber nicht kassierst stehe vernünftig lass dich nicht von den artis berieseln oder von den tds wir haben eigentlich haben wir mit map control normalerweise müssten wir das jetzt gewinnen ihr 7 auch bitte hier die mitte abnehmen und den hügel da wo der superkonk steht den hügel abnehmen da oben bitte ja weil linke flanke haben wir schon besetzt linke flanke gehört schon uns da ist nämlich kein problem wir haben auch viel mehr hp und mehr panzer als die also alles gut bitte mitte abnehmen ja komplett schon mal eingeämmt sein wenn einer piekt sofort abdrücken da abdrücken sobald einer von denen aufgeht abdrücken 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 so nicht arti Der 15, ne? Naja, das ist zu. Den STB oben, das Rack, links daneben. Ah, dreckig. Ging nicht da. Lasst euch da bitte nicht wegschießen. Wenn ihr da irgendwie nicht weiterkommt, dann setzt irgendwie neu an oder so. Also pusht euch da jetzt nicht tot oder macht euch nicht kaputt oder sowas. Der Gegner-Arty ist halt die ganze Zeit auf, wird aber nicht rausgenommen, ne? So, werdet ihr dort abge-aimt? Ja, also ich bin offen, sobald ich schieße. Ja, 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 dann versuch bitte safe zu arbeiten, weil wir verlieren jetzt schon wieder HP. Die verkacken grad irgendwie die linke Flanke da, die Leute. Ich weiß auch nicht, was die da veranstalten. Die reiben sich an der Maus auf. Ja, die Maus hat sich gut positioniert und die fahren da alle in den Tod. Oh, wie ich sinnlos daneben geschossen hab, ey. Ähm, guck mal, dass ihr gleichzeitig Richtung Superkong fahrt, da in die Mitte. Jetzt. Ab dafür, und zwar sofort. Ja. Hier, dem Superkong helfen, bitte sofort an die Mauern, damit ihr da nicht von oben kassiert, beeilt euch. Zügig, 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 zügig. Aber nicht ins Kreuzfeuer, ne? Die haben da zu viele Leute da oben stehen. Links von uns. 4,5. Eifer. Arbeitet sauber, bitte, ja? Ja. Superkong. Ja, der will auch schießen. Hätte ich reinsammeln können. Egal. Pusht euch nicht tot. Ich brauche euch lebendig. Wir haben zwei Arties. Wir müssen jetzt mal die Arties arbeiten lassen. Der Gegner hat keine Arties mehr, wir schon. Achtung, E5 kommt runter. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. 705a kommt hier bei mir. Achtung, ey, ihr kriegt gleich in den Rücken. Hallo. Ja. Hallo. Ich drehe mich um. Guckst du weiter nach vorne. Ja. Ihr müsst beide jetzt den 705er hier rechts fokussieren. Beide, jetzt. Beide. Der muss sterben. So. Unser Superkong ist auch tot. Soll ich die Mitte weiter? Nein. Komm zurück. Ja, unsere linke Flanke hat das Spiel verkackt gerade, ne? Fahrt nicht zu weit nach links, weil wir haben die Wasserseite verloren. Die haben es verkackt da drüben. Die haben die Wasserseite. I7, warum fährst du links hoch? Der I7 muss sterben. Nein. Fahrt zurück. Ja, wir haben die Wasserseite verloren, ne? Das bricht uns jetzt das Genick. Wir haben, wir haben trotz, dass sie mit so vielen Leuten waren, die Wasserseite verkackt. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also du redest schon mal ein bisschen weniger. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Einfach mal weniger reden. Das nützt immer. Linke Seite kommt was. Zieh dich zurück, sonst kassierst du. Zieh dich ein Stück zurück. Wir lassen die Artis arbeiten, ne? Guck, dass du jetzt nicht kassierst. Die wollen euch jodeln. Ja. Uh. Das war der T410. Nicht zu weit vorfahren, bitte. So, eine Artis raus. Kann von rechts noch was kommen, Akku? Nö. Nö, also im Moment bin ich hier. Dann bleiben wir nur noch hier. Ach, eine Arti von uns hat sich rausholen lassen, ja? Ja, ja, die stand K1 da hinten. Bin gespottet. Aha. Ja, das ist halt scheiße, weil wir die Wasserseite verloren haben, ne? Wie gesagt, nicht zu weit rausfahren, sonst kassiert ihr. Hey, hinter uns ist ein EBR. Oh. Passt auf, eine Badget könnte von hinten kommen. Badget ist oben gewesen, ne? Ja, aber der ist schnell, der kann auch schon lecken. Also, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Aber achtet drauf, das kann, wie gesagt, eine Badget jetzt von hinten kommen. Ja, das ist halt kacke, weil die Jungs da die Wasserseite abgelust haben, ne? Wir sind voll umtingelt. Ja, und unser FV ist jetzt tot. GG. Ja, ihr müsst mal ein bisschen auf euren Arsch achten, weil da kann der Badget kommen, ne? Ja. Ich möchte jetzt gleich kein Geheule, wenn die Badget kommt. Ihr müsst drauf gefasst sein. Ja, ich habe einen Brackenpopo, alles gut. Ja, die sind alle hier. Ja, Maus ist schon da auf Position, schießt auch schon auf mich. Maus ist hier. Geht mal bitte, ihr Sieben, geh mal bitte hier außen rum und hol dir mal den Hügel, bitte. Hinten rum? Ja, natürlich hinten rum. Vorne rum kassierst du Kreuzfeuer. Hier hinten rum und hol dir mal den Hügel, bitte. Go. Sieben, fünf, du bleibst auf Position, ich brauche dich. Jo. Äh, sieben, fünf, guck mal, ob du gleich, wenn der den Hügel hat, hier wieder zu mir fährst, ja? Ja. Oh Gott, alter, die Maus von der Wasserseite, ey. Oh Gott. Hälfte mal, hälfte ihm, hälfte ihm, hälfte ihm. Ja, ja. Oh nein. Ich fahr weiter, okay. Ja, ja. Der Kleine. Der kommt wieder, der fährt jetzt im Kreis, glaube ich. Nee, er hat den Hügel, er hat jetzt den Hügel. Ja, ich werde hier zusammengeschossen, alter. Ich kann hier nicht um die Ecke. Keine Ahnung, unsere Arti kriegt schon wieder nichts gebacken, ne? Der müsste jetzt mal... Soll ich mit dem EBR auf dem Hügel fallen, Alter? Auf dem Hügel, bitte. Hälfte, komm, scheiße. Geil. Auf dem Hügel ist jetzt der Hügel. Boah, bitte rede weniger, Mann. Fahr doch auf diese Position endlich. Meine Güte, Alter, ey. Du machst einen Kirre. Rede nicht. Geh auf diesen scheiß Hügel, so wie es gesagt wurde, Alter. Geh mir bitte nicht auf den Sack jetzt im Moment. Ich habe zu tun hier. So. IS-7. Fahr mal wieder Richtung Gegner-Base und guck mal, ob du die Wasserseite mit der Maus irgendwie beflanken kannst. 705a, kletter mal hier hoch, komm mal zu mir. Ja. Kann sein, dass der EBR jetzt da hinten irgendwo ist, ne? Achte mal ein bisschen auf deinen Arsch. Aber du musst schnellst möglich zu mir rüber. Achtung, Achtung, EBR, EBR. IS-7. Du musst von hier aus in die Gegner-Base. Geh mal in den Gegner-Cab und baue mal Druck auf. Aber wenn unsere Art hier jetzt mal endlich mal diesen EBR beschießen würde und den mal rausnehmen würde oder so, ne? Da ist die Maus in dem Busch. In welchen? Hast du kassiert oder was? Nur Kettenschuss. Ja, guck mal, dass du in den Gegner-Cab reinfährst. LAD-HE, ne? 705, guck mal, dass du jetzt... Ah, die sind zurück alle. 705, komm mal hier an die Ecke. Komm mal hier an die Ecke, 705. Ah ja. Also, wir hätten jetzt normalerweise eine Artie gebraucht, die mal vernünftig jetzt mal Ziele rausnimmt. Aber irgendwie kriegt die das nicht gebacken, Alter. Komm, 705, ab. EBR ist tot. Ey, komm, ab dafür, wir können das noch gewinnen. Ja, warte, ich bin bei dir. Nicht zu mir, du sollst hier an die Ecke, habe ich doch gesagt. Okay. Sieben, äh, ihr Sieben. Ja, ja. Ihr Sieben, du bleibst jetzt im Gegner-Cab, ja? Nice! Alter, das sind drei epische Runden, ey. Ist euch das eigentlich bewusst? Jo. Schwitzig, sehr schwitzig. Ho. Ja, aber ey, äh, hast du mal gemerkt, wie wir das die ganze Zeit am Carrying sind, Alter? Ja, und wie die zwischendurch geschrieben haben, ihr Noobs, und trotzdem gewonnen. Ja, 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 weil die das Schachspiel vom Boss nicht verstehen, weißt du? Schach, Bruder, das ist Schach auf Panzern. Hier. Das ist Schach mit Panzern, mein Freund. Du musst denken können. So, macht das Spaß? Sag ich doch, sag ich doch, Alter, sag ich doch, sag ich doch. Wenn man, wenn man einen Platoon-Partner hat, dann kann man auch Spiele Carrying, Alter. Übel. Ey, alle drei Runden waren episch, ne? Alle drei Runden hintereinander. Die waren alle geil, alle. So. Ich muss noch mehr APCR mitnehmen. Was nehmen wir denn als nächstes? Was nehme ich denn als nächstes, meine Freunde? Ich nehme mal den 60TP. So, nimm mal deine IS-7. 60TP ist der nächste auf meiner Liste. Fuck. Hallo, Superman-Key. Hallo, Großmogul. Was geht's? Ja, Brodikowski. So sieht's aus. Trommelschlumpf, was geht's? Bu Conten, was geht's? Ich geạn ihn nicht. Du hast geh'. Wie geht's? Wenn du halt dich meter, sagst du dich. Da. Geh'. ier. Du hast geh'.